Ich bin Sören Ludolf, 24 Jahre alt und mehrfacher Deutscher Meister über 800 Meter. Ich trainiere 9 bis 13 Mal die Woche am Olympiastützpunkt hier in Hannover. Heute treffe ich die Gewinnerin des Otlo-Gewinnspiels Share Your Moments. Ich bin Sarah Wiesner, 29 Jahre alt, komme aus Hamburg und habe vor zwei Jahren mit dem Lauftraining begonnen. Habt ihr gut gemacht. Das müsste jetzt hier regieren. Definitiv. Wir haben jetzt einen zwölf Kilometer Dauerlauf gemacht, haben uns an ihrem Marathon-Training ein bisschen orientiert. Sie hat das Tempel vorgegeben und wir sind einfach mitgelaufen, haben uns nett unterhalten und uns so ein bisschen die Ricklinger Masch angeguckt. Also ich finde vor allen Dingen die Tipps und die Ideen, die man so bekommt und Geschichten aus dem Trainingsalltag eines Leistungssportlers, finde ich super spannend und hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Mit Sarah war das so, sie war frei von der Leber, sie war offen, sie hat mir auch mitgeteilt, was sie trainieren möchte und das haben wir auch so umgesetzt. Und sie hat voll mitgezogen, es war toll, es hat Spaß gemacht. Fand ich toll, jemanden mal kennenzulernen, so live und in Farbe. Für mich bedeutet Laufen Lebensqualität, Ausgleich und ich kann es mir aus meinem Leben nicht mehr wegdenken. Be faith in der Leber und Arbeitsmarkt-Generg archery auf Gott wild Vielen Dank.